wir nehmen das fünf stunden auf am stück und cutten alle halbe stunde hard cut mitten im satz dadurch das kannst du ja heute gar nicht mehr bringen dennis und peter haben das dann quasi dann gegründet und wir haben dann gesagt wir wollen aber zusammenbleiben das zusammen machen und letztendlich ist das dann quasi für mich wie ein sehr guter kellnerjob gewesen es gab früher solche aussagen wie das ist nicht verkaufbar und es ist verkaufbar und man muss das halt einfach nur vernünftig machen du kannst ja dann auch wenn es nicht mehr vor der kamera halt funktioniert kannst du ja auch influenza marketing zum beispiel machen weil du kennst dich ja damit aus hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode des working and sharing podcast heute ist mein gast jay von pete smith und wir reden darüber wie es ist eigentlich angestellter der ersten reihe zu sein ob er irgendwas bereut in seinen entscheidungen was er geworden wäre wenn er nicht bei pete smith wäre und was seine pläne und ziele für die zukunft sind also unbedingt reinhören und wenn ihr mir noch einen persönlichen gefallen tun wollt dann egal auf welcher plattform ihr gerade seid einfach mal gerne ein follow da lassen wenn euch das hier gefällt das würde mich sehr freuen jetzt geht's los mit dem podcast viel spaß jay hi schön dass du da bist freut mich dass du an mich gedacht hast so das kam das kam ein bisschen überraschend so hätte ich jetzt gar nicht so damit gar nicht gerechnet weil ja auch schon dennis bei uns bei dir im podcast quasi hat es ja dennis und ich haben einen anderen werdegang ja das glaube ich nämlich auch und vor allen dingen glaube ich auch auf das ein oder andere andere ansichten aber wo du gerade schon sagt ist dennis dann ist schon mal klar was wäre denn wie würdest du jetzt persönlich einfach mal deine rolle bei team pete smith beschreiben als ganz klar als aufnahme part einfach als wärmer ne ja wir sind ja relativ wir sind ja schon jetzt nicht mehr die kleinste firma ne also wir haben ja klein angefangen also wir waren ja zu wir haben zu sechs angefangen irgendwann waren wir da nur noch fünf aber dann kam auch schon zwischendurch halt schon jemand im hintergrund dazu domi oder sowas ähm und ja bei mir ist es halt einfach aufnahme part größtenteils und dann vielleicht halt input bei irgendwelchen sachen machen und so weiter halt ja ich habe jetzt nicht irgendwie was spezielles christian beispielsweise macht sehr viel merch bei uns ich bin da wirklich bin aufnahme part macht streams abends immer noch versuche ich immer noch ich versuche immer zumindest noch nebenbei einmal die woche eigentlich live irgendwas zu machen wenn ich das hinkriege und ja das ist so also ich bin vor der kamera ja dann sag mal aus deiner sicht wie ist denn wie ist denn euer ähm also abgesehen davon wir kommen noch dazu wie das ganze entstanden ist und wie du dich oder wie das so sich zusammengefügt hat aber jetzt der ist status wie würdest du das 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 team speed speed beschreiben also nicht also ich meinte die ganze firma was was passiert wie viele stellschrauben gibt es und was wird da alles gemacht perfekte firma oder also perfekte content creator firma also ich glaube es gibt keine bessere ich kann mir gar keine bessere vorstellen außer vielleicht dr freud ja die sind natürlich auch insane gut ne also da kann ich halt also speziell das ist wahrscheinlich auch eher so eine frage die ich eher wahrscheinlich sowas wie peter und dennis stellen würde weil die halt die geschäftsführer sozusagen sind von dem ganzen murks und aber genau deswegen interessiert mich wie es aus deiner sicht ist ja genau also ich habe einen angestellten status also das ist die offizielle sache wir sind angestellt äh bei bei peats meet und ähm ja haben dann halt dann da unseren äh beitrag zu leisten oder leisten unseren beitrag ne also wir kennen uns zwar auch schon seit früher und haben das eigentlich auch mehr oder weniger zusammen aufgezogen was kam dann irgendwann der punkt ähm wo dann gesagt wurde äh ja man kann damit geld verdienen mit dem mit peats meet und youtube das war ja ursprünglich erst noch alles youtube äh und äh wer möchte da jetzt quasi richtig halt mit reingehen und ich habe noch parallel äh tiermedizin studiert und ähm es war ja nicht abzusehen wohin die ja wohin die reise führt so keine ahnung hätte ja auch schon ich kann ja auch schon längst wieder in der äh praxisklinik was was auch immer arbeiten können äh ist bislang nicht der fall gewesen und ähm auf jeden fall war der punkt dann so dass ich gesagt habe ich will jetzt erstmal ein studium fertig machen ich kann jetzt nicht irgendwie mich da als äh anteilseichner irgendwo reinstellen oder wie auch immer ähm das das schaffe ich nicht und ähm deswegen äh ist es dann dazu gekommen dass quasi dann dass peter und äh äh dennis eben diese peats meet holding gegründet haben die quasi dann letztendlich jetzt der arbeitgeber ist von mir wenn man dazu nennen möchte bereust du den gedanken äh die entscheidung? nein also nein also keine ahnung ob man das letztendlich die frage ist halt wie das irgendwann mal sein könnte wenn dann jetzt äh kick ankommt und äh 300 Milliarden Euro für peats meet zahlt wie das dann der fall ist dann kann man sich vielleicht in den Arsch beißen aber insgesamt gesehen es war halt einfach die deutlich sicherere Variante und die würde ich auch nicht bereuen weil auch alleine das Tiermedizinstudium schon einen äh geschliffen hat ja das glaube ich nämlich auch kommen wir doch da hin das heißt aber du bist ja grundsätzlich kennt ihr euch ja schon du bist doch auch aufs gleiche Gymnasium schon gegangen ja wir sind sogar auf derselben Grundschule gewesen also zumindest peter und ich ich weiß gar nicht ob dennis war halt ein Schuljahr weiter meine ich äh und dadurch also wir waren auf derselben Grundschule aber in verschiedenen Klassen und sind dann quasi in der weiterführenden Schule dann quasi aufs Gymnasium dann mit Sebastian ähm Peter und meine Wenigkeit gekommen und Hardy noch damals der aber auch in der anderen Klasse erst war wir sind dann quasi auch erst in der Oberstufe zusammengekommen sozusagen und Dennis war ja immer der 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 Außersätzige sozusagen der quasi äh der hat so was hat der gemacht der war glaube ich Realschulabschluss hat der gemacht und dann ist er irgendwann dann noch auf wie nennt man das diese äh Fachabi gemacht hat genau und ähm den hat man noch kennt also Peter und Dennis kannten sich dann ursprünglich über das Pfadfinder-Ding und dann ist man irgendwann dann ich weiß gar nicht weil ich Dennis das erste Mal kennengelernt hab ich hätte gesagt so an Karneval oder sowas und dann hat er den mal mitgebracht oder so dann hat man zusammen einen äh getrunken und irgendwann hab ich dann auch mit Dennis dann auch häufig ja irgendwie so zweier Lans gemacht und so weiter das war eigentlich auch immer ganz cool also also ihr habt euch schon alle eigentlich über das Gaming kennengelernt außer Christian ja doch Christian auch über das Gaming letztendlich genau Christian kam aber erst später über das Studium von ähm Peter dazu der quasi Studienkommolitone war heißt das glaube ich genau und ja also wir kennen uns alle seit der man kann sagen man kennt uns seit der Schul wir kennen uns alle seit der Schulzeit wir haben auch Lans zusammen gemacht auch mit Dennis äh Peter Sepp und dann noch ein paar andere Kollegen waren wir waren da schon mit mehreren immer unterwegs und dann äh diese diese Entscheidung zu sagen wir machen das jetzt als gemeinsame Gruppe dieses YouTube Projekt jetzt unabhängig von Firmengründung und so weiter ähm wie war das aus deiner Sicht wie kam also wie kam das zustande und äh wie fühlte sich das an es fühlte sich also es war ursprünglich glaube ich angefangen also ich glaube der ursprüngliche Anfang ist wirklich in Call of Duty Modern Warfare 2 gelegt worden hätte ich jetzt gesagt das ist das erste oder das ne vielleicht auch Call of Duty Modern Warfare das ist schon lange her das verschwimmt alles gerade so ein bisschen ähm ich war zu der Zeit in Budapest hab da äh Tiermedizin angefangen zu studieren und äh stimmt da hast du deine Frau kennengelernt ne ja hab ich auch meine Frau kennengelernt das ist richtig ähm und da ist es quasi so dass wir dann immer noch damals über Skype da gab es noch nicht sowas wie TeamSpeak, Discord etc oder wir haben es noch nicht genutzt äh da halt dann immer abends gezockt haben weißt du so das ist auch ganz gut gewesen klar man hat natürlich auch da seine Freunde in Budapest aber du hast halt nicht quasi die alten Freunde von der Schule quasi so aus den Augen verloren weil klar ich bin halt in Budapest das ist in Ungarn das ist ja die ein oder andere Kilometer entfernt von zu Hause und äh das war dann dann ganz cool dass man quasi da dann doch irgendwie dann noch äh miteinander dann verbunden war und äh was war heute ursprünglich deine Frage jetzt bin ich gerade so wieder weiter ausgeholt meine Frage war alles gut nee nee es war gut weiter ausgeholt die Frage als es wirklich dazu kam wo ihr entschieden habt ach so genau genau als es dazu kam ich glaube wenn ich mich aber das ist auch schwierig jetzt aus der Erinnerung rauszuholen ich glaube wir waren damals dann da in Köln in der Wohnung von Peter und Sebastian die die sich damals geteilt haben in der WG und da ging es dann halt darum wie geht es jetzt mit Peacebeat weiter so und was machen wir daraus und dann haben wir dann darüber sehr sehr lange tatsächlich diskutiert äh da braucht es mich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr Input mehr fragen weil das ist das ist wirklich lange her äh und äh ich glaube da ist dann halt auch so dann letztendlich mehr oder weniger festgelegt worden okay der eine will das machen der eine will noch das machen so äh ich mache noch mein Tiermedizinstudium Sebastian sein Dualstudium etc und ähm ja Dennis und Peter haben das dann quasi dann gegründet und wir haben dann gesagt wir wollen aber zusammenbleiben das zusammen machen und letztendlich ist das dann quasi für mich wie ein sehr guter Kellnerjob gewesen okay während des Studiums würde ich sagen also du hast halt dann ne du hast halt dann dein Studium das war dann mittlerweile äh bin ich dann nicht mehr in Budapest gewesen sondern bin dann per Quereinstieg ähm dann an Gießen nach Gießen in die Universität gekommen äh und da ist quasi dann dann der Punkt gewesen wo es dann irgendwann dann äh man dann ein bisschen Geld mitverdient hat äh und ja wie gesagt dann war das wie so ein Kellnerjob ein guter Kellnerjob und es ist wie gesagt du hast halt dann dein deinen Stundenplan und dann hast du dann irgendwie nochmal nachmittags dann irgendwelche Kurse wo die dann halt teilweise verpflichtend sind und dann hast du halt dann wirklich noch deine Abendsaufnahmen und ähm ja also das ist jetzt deutlich geregelter mittlerweile bei uns was auch sehr sehr gut ist ähm ja aber früher war es wirklich so ey wann hast du Zeit wann können wir die und die Sache aufnehmen oder wann machen wir Mario Kart Aufnahmen oder CDT oder was auch immer damals der Fall war klar ihr habt das um um die Zeiten der anderen oder die eigenen halt auch drumherum gebraucht richtig es waren sehr sehr viele Sachen wo du dann drumherum deichseln musstest ja und äh ganz kurz noch zu deinem äh Tiermedizinstudium das hast du ja auch abgeschlossen weil du das auch wolltest das war ja auch ein bisschen so eine Familiensache dein Vater ist auch Tierarzt genau also mein Vater und äh zwei meiner drei Brüder sind Tierarzt geworden und äh da war ich quasi dann als Jüngster sozusagen ein bisschen vorgeschädigt aber war auch super Spaß gemacht das Studium es ist durchaus ein schwieriges Studium kann man sagen man muss halt sehr 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 viel lernen äh auch durchaus mal viel Bulimie lernen wie ich das gerne genannt habe dass du das dann zur Prüfung dann alles rauskotzt und äh danach quasi wieder vergessen hast mehr oder weniger aber teilweise sind schon noch ein paar Sachen hängen geblieben aber ich bin da jetzt auch seit 2015 quasi raus ne also 2015 war habe ich dann mein Studium abgeschlossen da kam dann der Punkt was mache ich jetzt so mache ich jetzt Tierarzt oder mache ich jetzt Pizmied und da habe ich mich halt dann für Pizmied letztendlich entschieden im Gegensatz zu deiner Frau die halt nie was mit Pizmied zu tun hatte nein das ist ja klar was die nicht für Pizmied entschieden hat aber trotzdem genau die hat auch die habe ich in Budapest kennengelernt die hat dann auch ein Semester quasi einen Quereinstieg früher gekriegt ist dann nach Berlin gekommen dann war das quasi ne Fernbeziehung dann über erstmal über Budapest hinweg ein Semester und dann quasi danach noch ne Fernbeziehung über zwei Semester ähm zwischen Berlin und Gießen und dann ist sie dann zum vierten Semester quasi dann rübergegangen nach Gießen ach echt also sie ist zu dir gekommen ja genau ist dann netterweise zu mir gekommen und jetzt inzwischen und das finde ich deswegen greife ich es nur auf weil es war ja auch immer also es war bei euch ihr habt ja viel Privates immer rausgehalten äh im Großen und Ganzen ich meine jetzt auch weil ich fand es für mich war das jetzt zum Beispiel auch eine Neuerung dass deine Frau mit dir zusammen vor der Kamera ist beim Stream ach so ja ich glaube das erste Mal wo sie sich glaube ich gezeigt hat war wirklich die die Hochzeit ähm das Hochzeitsbild was wir da was ich dann auf Instagram gepostet hab von uns beiden und äh ja sie hat jetzt ganz neu Instagram entdeckt versinkt da gerne mal auch in Reels und so weiter und hat jetzt dann quasi auch ihr erstes privates Konto geöffnet so ähm also noch nicht der Öffentlichkeit aber sie sagt halt dann auch immer so ja wann mach ich das denn öffentlich und so weiter vielleicht will sie das halt auch irgendwann machen das soll sie alles selber machen ich bring sie dazu gar nichts aber sie findet es halt auch ganz witzig jetzt da quasi mal so vor dem Stream da halt drum zu hampeln ja verstehe also ist jetzt aber ich glaube nicht dass sie irgendwann also ich kann mir nicht vorstellen dass sie irgendwann dann auch einen eigenen Twitch-Kanal macht also sag niemals nie so ist es nicht ja kannst du gerne machen gar kein Problem ähm die Internetleitung wird ausreichen ja das ist doch gut sag mal aus deiner Sicht was waren denn die ähm die Meilensteine der Pete Smith die Meilensteine der Pete Smith also wo du sagen würdest das waren so Momente also also denke dass es erste Meilenstein war irgendeine Minecraft Season also wirklich Minecraft die uns einen guten Push gegeben haben ich weiß nicht mehr welche Season das war ob das jetzt Season 3 4 5 whatever weil ich glaube 5 ist auch eine der legendärsten für die Zuschauer von uns ähm und dann hast du dann noch äh Battlefield 3 was wir sehr sehr viel gemacht haben was dann und Skyrim was Peter gemacht hat glaube ich und da ist so der Punkt gewesen wo das wo man quasi diese Abonnentenzahl die richtig stahl nach oben gegangen ist also jede Aktiengesellschaft würde sich darüber freuen wenn das so bei denen aussehen würde ähm das war so der erste Meilenstein wo die ersten richtig vielen Abonnenten dann gekommen sind und dann hast du halt immer wieder Meilensteine ne also ob das jetzt ein Meilenstein ist oder nicht aber es denke ich hat Pete's ist hat Pete's nicht verändert dass halt Hardy gegangen ist auf jeden Fall ähm dann ähm das erste Friendly Fire zum Beispiel unser ersten großes Live Event äh das war damals glaube ich wenn man Kart also Kart das große Kart Invitation ich glaube das war das erste was wir wirklich gemacht haben aber davor auch noch so eine Pete's mit Tour Pete's mit Roadtrips halt solche 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 Säulen die Pete's mit LAN war voll im Kart auch noch ne ja stimmt die hab ich allerdings nie quasi als sowas gezählt als so ja klar das war ja intern weil das ist halt das ist halt auch nicht zu vergleichen mit du hast halt dein eigenes riesiges Kamerateam dabei was quasi dann diese Produktion übernimmt das ist ja bei einer LAN hast halt dann quasi ne das ist ja von der Produktion bei uns deutlich geringer vom Produktionsaufwand her und da würde ich halt sagen ist das halt auch dabei und aber so die ersten Spiele waren halt definitiv quasi Battlefield und Skyrim hätte ich jetzt und Minecraft so vom Prinzip her also es hat relativ früh angefangen was denkst du denn ist euer Geheimnis also ich meine so wir kennen ja wir sind ja beide auch schon ein bisschen länger in dieser Branche unterwegs und es sind ja viele man hat viele kommen und gehen sehen in der Zeit das stimmt das stimmt und ihr habt aber ja nicht nur äh euch stetig irgendwie weiterentwickelt oder seid sogar besser geworden sondern es ist aber auch irgendwie eine eine Konstante bei euch finde ich wo man sich würde ich jetzt sagen zumindest aus meiner Sicht ganz oft einfach zu Hause fühlen kann und mich würde halt interessieren wie ihr das also redet ihr da intern drüber was ist was ist eure Rezeptur für euren Erfolg auf YouTube ich glaube die ursprüngliche Rezeptur ist wirklich so dieses Freunde kennen sich schon seit der Schule dieses Feeling du bist unter vielen unter Freunden und die zocken halt zusammen so das ist glaube ich so das ursprüngliche Konzept ich meine das ist jetzt halt auch nicht sonderlich anders jetzt so wir spielen ja immer noch zusammen äh haben aber natürlich dann klar also wenn ich mir andere Videos angucke aber das wird's halt bei ich hab das letztens bei Bongemark gesehen noch in der als die da ihre 10-Jahres-Feier hatten da hatten sie auch dann vor 10 Jahren dann die Videos gezeigt und so weiter das sind halt einfach cringe teilweise und du hast da auch Sachen gesagt die du halt heute auf gar keinen Fall mehr sagen würdest du entwickelst dich halt weiter und ähm auch vom Humor her und vom von von allem drum und dran und ich denke halt einfach dass man ähm versucht hat also wir haben halt immer versucht auch mit der Zeit zu gehen so was halt die Leute interessiert ne am Anfang waren das so Videos wirklich Start-Stop-Aufnahmen wie wir es immer gerne genannt haben äh das ist dann halt ne herzlich willkommen zu Minecraft Season X äh wir nehmen das jetzt eine halbe Stunde auf und dann wird das also nicht wir nehmen das eine halbe Stunde auf Entschuldigung wir nehmen das fünf Stunden auf am Stück und cutten alle halbe Stunde Hardcut mitten im Satz da durch das kannst du ja heute gar nicht mehr bringen heutzutage musst du halt dann da also mit der Zeit gehen und dann da ja keine Ahnung hast du dann da Cuts drin wir haben jetzt da ganz viele Spielshows drin man hat halt einfach gemerkt so wir haben das gemacht was halt die Zuschauer von uns gerne sehen wollten was halt wir sehen ja was die Leute gerne sehen und das wird dann halt dementsprechend bei uns dann häufiger genutzt und gespielt so ist jetzt nicht so ich würde halt wahrscheinlich nicht annähernd also ich spiele sehr viele Spiele gar nicht privat die wir quasi auch aufnehmen weil ich da einfach dann gar keine Lust zu habe ich würde halt wenn ich wenn ich wirklich nur auswählen dürfte was ich streame oder aufnehme dann hätte ich wahrscheinlich jetzt die letzten letzten Monat 150 Stunden Football Manager aufgenommen aber das interessiert halt keine Sau das ist halt einfach so das Private aber hast du mal eine Folge dazu gemacht hast du das mal herausgebracht ich hab das gestreamt ja ja ich hab das schon gestreamt angeguckt und das auf jeden Fall klar aber das ist halt das ist das sind Excel-Tabellen die du dir anguckst wo du halt dann quasi dich da durchklickst das ist für einen Stream teilweise halt auch recht langweilig wenn man da vor allem auch nicht mit viel zu tun hat ja ja das glaube ich ja aber wie gesagt ich glaube das Erfolgsrezept ist tatsächlich wir sind da immer noch eine Gruppe wir verstehen uns super gut und das ist halt auch glaube ich das Wichtigste und wenn wir halt mal wirklich auch mal einen Streit haben was auch durchaus mal klar sein kann dann spricht man sich halt aus also habt ihr so eine klare Linie eigentlich also dass ihr sagt pass auf wir sind wir sind eine Gemeinschaft und wenn einer von uns was dagegen hat dann fällt das raus oder so oder ist es demokratisch wenn die Mehrheit sagt ist okay dann ist es okay also es gibt halt Sachen wo man quasi eher hinter steht bei manchen Werbungen oder nicht aber zum Beispiel wenn du sowas jetzt meinst ich mein es jetzt ganz allgemein aber ja aber die machen die machen wir dann halt im Zweifel macht das die Person dann halt nicht ja so du kannst halt so wenn halt jemand anders da sich hinterstellen kann dann ist das vollkommen okay für mich also wenn der halt meint ich will jetzt hier keine ich will jetzt hier keine Werbung von uns nennen die Werbepartner wenn er halt meint das ist nicht cool für ihn oder sowas dann macht das nicht aber in der Regel ist es schon wirklich so alles cool so jetzt gerade beim Parkat Event oder sowas das waren alles coole Werbepartner vor kurzem ja so da kann jeder für jede Werbung machen und ja also vom Prinzip her ist wenn irgendeiner aber wirklich knallhart sagt so auf gar keinen Fall dann würde das auch glaube ich der Fall sein dass wir es nicht machen also das auf jeden Fall wo du eben angesprochen hast wir gucken auch was unsere Community gerne gucken möchte setzt ihr euch da gemeinsam hin und wertet das aus oder lasst ihr auswerten oder wie findet das statt bei euch also wir gucken uns die letzten Aufnahmen davon an und sehen die Aufrufe und dann siehst du ja okay die sind halt also du hast ja bei YouTube hast ja mittlerweile okay die liegt über dem Durchschnitt von den Videos oder die liegt unter dem Durchschnitt von den Videos und wenn das halt dann häufiger der Fall ist dass halt ein Video schlecht performt letztens beispielsweise bei uns mit Rackfest der Fall gewesen dann merkst du halt okay das 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 verliert halt quasi an Zuschauern weil es halt auch dann sich leider sehr äh repetitiv angefühlt hat dann die 95. Folge davon zu machen dann ist es halt leider dann irgendwann fällt es dann halt dem Opfer der Aufrufzahlen äh zum Opfer zum Opfer genau und ähm ja wie ist denn das ähm meinst du das hat einen Zusammenhang auch also es wird ja auch einen Zusammenhang mit eurem Spaß haben ne das heißt wenn das ist klar ja ja also ihr achtet wahrscheinlich auch auf beides ne also wenn wie ist das es wird keiner zu einem Spiel gezwungen dass er wohl keinen Bock drauf hat eigentlich also äh wenn einer irgendwie keine Ahnung Bram ist beispielsweise ein Hardcore Schisser naja der hat Angst vor jedem Horror Game und dann fühle ich mit ja dann wird er halt auch nicht von uns gezwungen das zu machen so ne das das muss er nicht machen und ähm ja ich hab halt auch sowas wie Trials oder sowas das ist halt auch immer so bläh war auch nie so meins jetzt ähm weil die halt dann auch immer diese ne ja die haben halt immer diese die haben halt richtig schwere Spiel äh richtig schwere Strecken genommen so und das finde ich halt dann einfach nur frustrierend wenn du dann eine halbe Stunde an derselben Stelle dann da rum rumspringst und das ist dann halt nicht meins so oder nee ich verstehe mich würde aber dann müssen wir es halt auch nicht ja machen verstehe ich was meinst du also mich würde und ich finde es ich finde es wirkt vielleicht so ein bisschen komisch aber ähm weil ihr so ein Geschäftsführer Angestellten in Anführungsstriche äh Verhältnis da habt ist das dann aber ihr trefft doch trotzdem alle großen geschäftlichen Entscheidungen zusammen oder die ich weiß nicht wie also was die größten geschäftlichen Entscheidungen wären wenn jetzt der Verkauf an äh dem äh an die Streaming Plattform genannt wird wie du es am Anfang genannt habe dann würde ich sagen wird das wahrscheinlich schon angenannt anbenannt aber wenn jetzt keine Ahnung unser äh Pete Cars zu äh einem anderen Anbieter wechseln sollte oder sowas dann reden wir da kurz drüber aber keine Ahnung dann ist das halt so so also es sind so Sachen oder es gibt Sachen oder wer eingestellt wird welcher Cutter eingestellt wird oder sowas so das das ist halt da haben wir nicht da brauche ich aber auch keine Mitspracherecht weil da vertraue ich einfach auch Dennis und Peter dass sie da die richtige Person finden die dann halt perfekt da reinpasst so und das ist halt dann deren Geschäftsführer Ding okay und Eigentümer Ding gab es da für dich aus dem ähm aus deiner Sicht irgendwie so Momente wo du dachtest krass krass wo wir was was wo sind wir denn jetzt hier gelandet also wenn ich eben einfach deiner deiner Sprache entnommen habe zum Beispiel diese Events und dann haben wir unser eigenes großes Produktionsteam dabei mit Kameras und so weiter das sagtest du so fand ich zumindest wie wow ich hätte niemals erwartet dass es auf die dass es diesen Weg irgendwie gehen wird oder ja also das heißt ich hätte nicht erwartet es ist halt es sind halt schon in den letzten wann ist das erste Card Event gewesen oder vor drei vier Jahren gewesen sein ich weiß jetzt nicht genau ob wir das in der wir haben es eigentlich auch in der Corona Zeit gemacht aber das sind halt so das hätte ich jetzt nicht unbedingt 2015 gesagt dass ich dass wir halt so ein Ding mit weiß ich nicht wie viele Leute da aufziehen klar das war immer so eine Art Art in unserem Köpfen mal hängen geblieben dass wir einfach Bock hätten das mal zu machen oder sowas aber dann das letztendlich zu realisieren und zu stemmen ist halt auch immer eine Sache da hilft halt aber auch dann unsere Agentur halt dazu die dann dementsprechend dann solche Events dann halt auch verkaufen kann sodass wir quasi überhaupt das stemmen können weil du willst ja nicht selber sagen das sind ja Produktionskosten in fünfstelliger Höhe kannst du ja gar nicht dann hast du Hotel dabei Anreise whatever von zwölf verschiedenen Influencern jetzt beim Kart Event zum Beispiel das sind ja alles Kosten die willst du ja nicht aus der eigenen Tasche bezahlen so das ist halt dann ist das halt nicht wirklich geschäftlich ja sozusagen also es ist ja dann auch Quatsch und deswegen ist es halt ganz cool dass man dann halt da jemanden hat der dann quasi auch dann sowas dann ranholt ja wie war denn das war für dich dieser Wechsel der Professionalisierung auch ist es ja wenn man so ein so eine eigene Sales Agentur hat und so weiter hat man da den Unterschied direkt gemerkt also würdest du sagen dass das war nochmal ein nächster Schritt ich finde schon ich weiß jetzt nicht wie viel man davon letztendlich erzählen kann oder erzählen darf oder erzählen sollte oder wie auch immer aber man hat auf jeden Fall gemerkt dass durch die Second Wave dann doch die Angebote da deutlich gestiegen sind und es gab früher solche Aussagen wie das ist nicht verkaufbar und es ist verkaufbar und man muss das halt einfach nur vernünftig machen so und dadurch ist es dann halt dann so gekommen dass wir dann ja halt Sachen realisieren konnten die wir nicht realisieren konnten was halt cool ist habt ihr denn noch weil du sagtest auch so eine Events hattet ihr schon früher in den in den Köpfen und habt vielleicht euch vorgestellt das mal zu machen wie ist denn das jetzt so habt ihr oder was sind denn deine Pläne für die Pete's Meet ich hab da keine du hast da keine also ich hab ehrlich ich hab keine ich wüsste nicht ehrlich gesagt ob ich jetzt Pläne hätte also der Plan ist dass man davon seinen Lebensunterhalt für die nächsten Jahre verdienen kann das wäre dann ganz cool also ich bin nicht ich geh jetzt nicht davon also ne man kann ja schon sagen dass es uns jetzt nicht schlecht geht ne man ne also man verdient da jetzt schon nicht so schlecht aber ne man hat ja natürlich auch dementsprechend eine riesige Firma dahinter sodass es quasi nicht alles auf eine Person halt letztendlich geht ähm aber ich wäre cool wenn wir einfach die Firma dementsprechend so am Laufen halten können und das quasi die Zuschauer noch weiterhin uns gerne gucken dann läuft das von alleine ne aber man wird halt älter keine Ahnung Sebastian kriegt jetzt bald sein zweites Kind äh Peter Dennis Christian ich vielleicht auch keine Ahnung ziehen vielleicht irgendwann nach mal gucken wie es dann läuft ähm das weiß man halt alles noch nicht ne aber es wäre halt schon gut wenn wir das irgendwie gewuppt kriegen dass wir das dann selbst wenn jeder plötzlich ein Kind haben sollte dass das dann irgendwie vernünftig zu machen ist zu stemmen ist wie auch immer das ist dann halt auf jeden Fall auch eine Mammutaufgabe glaube ich ja das ist ich meine das kennst du ja auch bei dir halt ja so ne also oder bei euch aber das geht also es geht es geht kann ich dir schon mal aus Sicherheitsgründen sagen so grundsätzlich geht es dann ist natürlich immer wieder die Frage das kannst du ja auch nicht kontrollieren äh was es äh gerade wenn wenn es äh um Kinder und Kranksein geht das ist immer sehr sehr schwierig aber an sich das ist halt dann das ist halt immer das Problem so weißt du wenn du dann halt dann hast du einen von uns im Urlaub oder sowas dann ist plötzlich irgendjemand entweder krank oder plötzlich ist dein Kind krank oder sowas und dann hast du halt dann bist du plötzlich nur noch zu dritt und dann ist es halt dann in den Aufnahmen auch schon immer schwieriger weil es halt wir funktionieren halt schon am besten zu fünft kann man wirklich so sagen und ähm man kriegt auch gute Aufnahmen definitiv zu dritt hin so ist es nicht weil wir haben ja auch wirklich äh Leute die jetzt quasi nicht das Hauptaufnahmeteam sind sag ich jetzt mal die dann ne wie Jules oder Andi dann auch mal gerne vor der Kamera halt auch mal auftreten und dann quasi ähm auch die Aufnahmen wirklich aufwerten mittlerweile kann man schon so sagen also das ist ja aber nicht nur ihr funktioniert so gut zusammen sondern es ist auch ein bisschen gefordert oder das ist also es ist schon am liebsten gesehen wenn ihr das zusammen macht von der Community ja also Singleplayer Let's Plays wenn man sie so nennen möchte gibt es halt gar nicht mehr auf YouTube das macht es halt nicht mehr das wird dann im Zweifel gegengeschnitten jeder macht dann keine Ahnung weil spielt dann da die erste halbe Stunde von einem Spiel oder erste Stunde oder sowas dann wird es halt gegengeschnitten das ist halt dann auch einfach äh auflockern da so jeder hat dann halt sein eigenes Gesicht und so weiter das ist halt das ist halt heutzutage ist das halt nicht mehr das was man halt letztendlich noch was die meisten halt so sehen wollen habe ich das Gefühl dafür gibt es halt Twitch Twitch ist halt die Spielwiese sondern da kannst du halt sagen okay ich habe halt Bock jetzt Resident Evil durchzuzocken was ich das letzte Mal das letzte Resident Evil habe ich doch Resident Evil 4 habe ich doch im Stream durchgezockt meine ich meine ich schon ja ich weiß es leider nicht ich weiß es gerade selber aber nicht aber auf jeden Fall Resident Evil Village habe ich zum Beispiel selber durchgespielt On-Stream und auch die Pokémon-Teile außer der letzte Pokémon-Teile und so weiter so da sowas das sind dann halt keine Ahnung 30-40 Folgen die du halt quasi normalerweise dann auf YouTube hochladen würdest sondern du lädst ja nicht irgendwie eine 10-Stunden-Folge hoch das machst du nicht das würde ja auch in keinem Zusammenhang mehr stehen und ja das dafür ist halt Twitch-Standard tatsächlich dass man das macht was man machen kann oder ich meine Lokana-Pack-Opening aktuell also wenn ich halt einfach ein Lokana-Pack öffne oder so oder Display dann ist das halt für die Leute die halt auf Twitch Bock haben und bei YouTube würdest du da halt untergehen so ja wie ist denn das gerade wo du das gerade hier du machst mal den Stream das aber nimm ich mal durch einen normalen Tag von dir normaler Tag okay also mein Wecker geht währenddessen lasse ich dann meine Aufbackbrötchen im Ofen fertig werden in der Zeit gehe ich duschen dann frühstücke ich gucke mir noch irgendwie so eine 20-30 Minuten Folge an meine Frau ist letztendlich längst schon weg auf der Arbeit dann wird aufgenommen und dann haben wir in der Regel 15-16 Uhr je nachdem plus minus dann ist dann halt der Einkauf wie auch immer dann werden die Haussachen gemacht das mache ich größtenteils und dann kommt irgendwann die Frau und dann ist halt entweder ein Stream abends oder halt nicht also ich bin halt dann mache ich halt entweder was mit der Frau oder ich setze mich noch vor dem PC und spiele dann halt irgendwelche Spiele privat oder sonst was weil das gibt es halt auch und da kann ich halt ja noch sagen da ich halt keine Kinder habe oder sowas habe ich halt dann da irgendein Haustier außer die Einsiedlerkrebse die jetzt aber nicht die krasseste Pflege haben wie Gassigen oder sowas da ist halt dann einfach da habe ich dann halt deutlich mehr Freizeit als halt vielleicht andere Sachen so ja also entweder hast du halt dann so 2-3 Stunden vielleicht Zeit vor dem Stream oder halt du machst halt dann abends was so dann mit Frau oder ja irgendwie sowas das ist quasi und dann gehe ich irgendwann pennen das ist so der Standard wirklich der komplette Standardtag das ist der komplette Standardtag wie sind denn für dich messen und so weiter und so fort magst du sowas gerne oder ist das eher so der anstrengendste Part weil mich sehr interessiert ja es ist nicht der anstrengendste Part aber es ist ein anstrengender Part so also ähm ich ein also ich finde so einmal Gamescom pro Jahr reicht vollkommen aus und dann hast du halt vielleicht noch die Polaris wo wir jetzt waren und dann aber das würde ich jetzt gar nicht so als so großes Ding sehen ehrlich gesagt so also es ist halt schon je nachdem wie krass man dann gebucht ist oder sowas dann hast du natürlich schon anstrengende Tage weil ihr ja dann auch noch gerade bei der Gamescom oder sowas dann läufst du dann halt von Halle zu Halle von Halle zu Halle oder dann sind ja auch tausend von Hallen dann ist das halt voll und so weiter in der Regel ist dann auch immer einer danach krank weil er irgendwie sich was eingefangen hat aber ich finde es jetzt nicht so krass anstrengend so also aber ich brauche das jetzt auch nicht jeden Monat in Gamescom also um Gottes Willen auf gar keinen Fall ne das verstehe ich ich merke schon selbst jetzt hier dass wir dieses Jahr schon sehr 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 viele Projekte haben und glaube dass wir dieses Pensum nicht nächstes Jahr beibehalten werden weil alleine jetzt Sebastian ein Kind kriegt und das wird nicht möglich sein mit allen fünf glaube ich nicht das finde ich auch total spannend weil das habe ich jetzt auch ich hatte letztens Peter zum Beispiel gefragt wollen wir da und da was machen und dann so das ist das einzig freie Wochenende was ich irgendwie in den letzten drei Monaten habe und so das ist verstehe ich total aber genau das und das finde ich total interessant weil ich habe das jetzt zumindest für mich fühlt es sich so an weil das jetzt öfter mal mitgeschwungen ist in deinen Aussagen du hast es also entweder jemand kann wegen dem Kind nicht oder da ist jemand krank von der Messe geworden und sonst irgendwas du hast es schon persönlich am liebsten wenn alle fünf immer da sind oder das ist auf jeden Fall das Beste das auf jeden Fall also das macht halt dann auch am meisten Spaß so mich stört das auch nicht wenn du halt zu viert sind oder halt auch mal zu dritt klar so ist es nicht also aber wir funktionieren halt einfach zu fünft am besten da kannst du am besten miteinander spielen aber du hast halt auch Spiele keine Ahnung Worms ist bei uns aktuell so ein wirklicher Klassiker den wir seit weiß ich nicht wie viele Folgen waren da kannst du halt nur zu viert spielen da bin ich jetzt nicht traurig dass wir zu viert sind so ne klar aber ja es ist halt so wie waren es halt zu fünft das immer cooler ist ihr wart ja früher mehr auch in echt zusammen ja inzwischen seid ihr ja sehr verteilt in Deutschland es ist war das irgendeine ist es eine schlimme Änderung eine gute Änderung was sag mal dazu bitte was ich es ist eine Änderung auf jeden Fall zu früher würde ich sagen weil es gibt halt auch ne früher war es dann halt auch im Zweifel so dass man dann quasi noch was nach den Aufnahmen irgendwie gemacht hat oder sowas oder gequatscht hat oder keine Ahnung ob es jetzt der Multiplayer von Call of Duty war der halt noch damals gut war ja du hast halt nicht im Zweifel alles komplett aufgenommen man ist halt es ist auf jeden also ich sehe da krassen Unterschied zu Aufnahme und privaten Spielen egal ob ich jetzt da mit Leuten zum Beispiel im Team speak bin wenn ich keine Ahnung Diablo spiele oder sonst was aber jeder hat dann quasi schon so sein eigenes Leben mehr oder weniger ne also klar bei dir jetzt beispielsweise ist das ja schon ein ähnlicher Freundeskreis den halt Peter und Dennis haben aber jeder hat sein eigenes Leben und ich wohne halt woanders als Sebastian und Christian und Dennis und Peter wohne halt auch auf der anderen Seite von Deutschland und ja da ist halt dann der Punkt gekommen wo man halt durchaus dann wichtige Sachen teilt und deswegen haben wir halt auch trotzdem noch diese diese Woche die wir in der Regel nach der Gamescom machen wo wir dann wirklich eine Woche wegfahren um halt einfach auch so eine ja dieses Teambuilding wieder zu haben dass man quasi wieder dann einfach die ganze Zeit zusammen chillt und was zusammen macht weil das ist halt das kommt halt definitiv mittlerweile in den letzten Jahren halt kürzer oder zu kurz zu kurz weil zu kurz weiß ich nicht finde ich nicht zwangsläufig weil wie gesagt jeder hat seine anderen Interessen so ich hätte jetzt überhaupt kein Problem also was ich sehr viel meiner ich bin ja nicht so einer der jetzt gerade quasi krass krass zu keine Ahnung irgendwie abends dann in irgendwelche Bars geht oder sonst was und dann keine Ahnung da abends trinkt oder sowas Dennis macht ja irgendwie Stammtisch dann immer mit euch oder wie auch immer so als Beispiel sowas habe ich quasi nicht wirklich stört mich allerdings auch nicht weil wie gesagt ich habe da meinen anderen Bekanntenkreis und da gibt es dann halt viel also ich habe sehr viel wo ich mich quasi auf Sportarten mich sehr viel interessiere halt dafür ob sei es jetzt ein Fußball ein Football oder Formel 1 oder Wrestling und das alleine sind vier große Sachen die sehr viel Zeit theoretisch fressen die ich dann mit Leuten zusammenschaue und da quasi das mache und ey wenn jeder von den Jungs da Bock hat mitzugucken ist der immer herzlich da eingeladen das würde mich überhaupt nicht stören aber jeder hat halt dann da seine anderen Interessen Peter guckt dann Peter geht Fine Dining machen macht seinen eigenen Podcast jetzt und ja da sind dann halt quasi so die Interessen die fächern sich dann quasi wie so ein Baum sag ich jetzt mal auf bei uns und was aber auch vollkommen für mich fein ist so ich interessiere mich halt da nicht für Fine Dining so mir ist das halt total egal ja verstehe ich ja so wie halt für Peter halt Fußball total egal ist ja verstehe ich auch ja also ne das ist halt da ist das halt dann einfach unterschiedlich und mich stört es nicht wie gesagt weil wir verstehen uns halt immer noch sehr 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 gut ja also es ist aber auch ein großer dadurch ein großer Vorteil in Anführungsstrichen dass ihr alle von zu Hause aus arbeiten könnt ja also wir hatten halt auch schon mal so Ideen gehabt sowas wie lass doch ein großes Haus zusammen machen ne sowas gab es halt auch aber dann dachtest du halt auch so ne jeder hat halt wirklich auch seine anderen Interessen oder sowas vielleicht will er halt der eine dann doch lieber in die andere Stadt oder sowas mir ist das halt eigentlich relativ egal in welcher Stadt ich wohne bei mir ist das halt wichtig dass ich halt mein Internet habe und dann ich ziehe halt dahin wo meine Frau halt die Arbeit ihre Arbeit hat so stört mich nicht sonderlich wie gesagt da ich auch meine meisten Bekanntschaften dann quasi meine sozialen Kontakte über TeamSpeak viel pflege tatsächlich stört mich allerdings halt wirklich gar nicht was hätte ich gar nicht gedacht ehrlich gesagt aber es geht halt schon definitiv und ja so ist es was sind denn die Pläne von Jonathan Apel noch für sein Leben das habe ich mir tatsächlich auch letztes Mal die Frage gestellt wohin es wohin es denn letztendlich geht und die Frage habe ich tatsächlich noch gar nicht so hundertprozentig beantwortet wobei man halt mit wo bin ich jetzt 34 sollte man so langsam eigentlich schon mal so ein paar Gedanken machen ach wäre schon nicht schlecht denke ich ich habe weiß ich nicht aber ja klar du hast halt ganz viele Sachen fängst du ich wohne aktuell zur Miete so ist die Frage will man den Traum des Deutschen haben zum Eigenheim so das ist so die erste Sache willst du quasi irgendwann eine Familie haben willst du dann vielleicht dann doch erstmal erst ein Haustier haben ich will einfach aktuell dass es so weiter geht dass man letztendlich Job mäßig dann quasi dann auch Pete Smith wirklich man so lange machen kann wie es geht wie man dann halt guckt und dann also wie ich hoffe dass es dann halt mal gucken wie es dann halt weitergehen sollte wenn es mal bei Pete Smith nicht mehr laufen sollte dass man dann sagt okay scheiße wir müssen jetzt irgendwann wir können das halt nicht mehr zahlen wir müssen Leute entlassen oder sowas um Gottes Willen bitte lass es das nicht sein aber es kann halt natürlich sein aber wie dann weitergeht weiß ich halt auch nicht also da haben wir uns auch keine Gedanken drum gemacht und solche Plan Bs will ich erst mal auch mir noch gar nicht ausmalen muss man auch nicht also denke ich auch ich persönlich mache mir jetzt um die Pete Smith nicht so große Sorgen ne mache ich mir auch nicht weil ich der Meinung bin dass wirklich auch Dennis und Peter da schon sehr viel gute gute Personen sind und nicht irgendwie jetzt plötzlich im Koksumpf in Berlin verenden oder sowas das glaube ich halt einfach nicht noch nicht noch nicht wer weiß Berlin zieht wohl alle runter habe ich gehört ja kann passieren aber aber trotzdem ist es es ist auch es schwingt die ganze Zeit eine Grundsorge mit dass das nicht mehr die Einnahmequelle sein kann ne ne eigentlich nicht ne würde ich jetzt nicht sagen weil wie gesagt also man ist jetzt mittlerweile man kennt es ja auch von von Leuten die jetzt in der Second Wave arbeiten ich will ja jetzt keine Namen nennen aber du kannst ja dann auch wenn es nicht mehr vor der Kamera halt funktioniert kannst du ja auch Influencer Marketing zum Beispiel machen weil du kennst dich ja damit aus das ist ja durchaus eine absolut valide Möglichkeit so ich werde auch noch meinen Unterhalt und meine Wohnung hier das Geld verdienen können so ich werde danach nicht denke ich in der Arbeitslosigkeit versumpfen wenn ich jetzt nicht plötzlich irgendwie weiß ich nicht was passiert oder sowas aber das ist auch noch eine Frau die Tierärztin ist die auch sehr 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 gut verdient also die ist ja als Tierarzt verdienst du ja auch nicht schlecht ne also heutzutage ja aber das das auch noch dazu das ist ja und das ist liegt ja auch nur an dem an dem von außen stehenden Bild aber du machst jetzt seit was 12 13 Jahren YouTube und seit vielen Jahren auch super erfolgreich und so weiter musst du denn überhaupt noch arbeiten Jonathan ich denke schon dass man es müsste ja ja da gehe ich stark von aus also ich könnte nicht wenn ich jetzt sagen würde ich höre auf zu arbeiten auf gar keinen Fall ich gehöre nicht zu den Millionären ja das ist das finde ich nämlich immer total interessant weil ich habe das letztens ähm bei einem bei einem Kollegen von uns gesehen äh auch seit äh ich glaube jetzt seit 10 Jahren YouTuber der hat einfach gesagt also da könnt ihr jetzt aufhören und dann dachte ich so das kann ich mir durchaus das kann ich mir das kann ich mir also bei euch ist es ja auch so ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch irgendwie was aufteilen ne also das ist halt wenn ich jetzt einen Monte nehme oder einen Trimax oder wie auch immer das sind halt die Extremsachen aber die verdienen ja ihr eigenes Geld nur für sich außer die haben halt vielleicht einen Cutter angestellt oder sowas aber ne also das ist ja nicht so das wird nicht durch 5 gesplittet ne es ist eine Art eine totale andere Geschichte oder bei uns sind halt wie gesagt noch super viele Angestellte die halt da sind ne also ich weiß jetzt nicht ich müsste jetzt zusammenziehen aber wir sind ja locker mehr als 10 ja ich glaube ihr seid sogar schon mehr als 20 um ehrlich zu sein ne das glaube ich nicht nicht ach ne 15 war es glaube ich mal kann aber auch sein so Peter und Dennis haben schon immer Angst dass sie bald irgendwie der Aufsichtsrat gegründet wird ja aber ich verstehe das aber ja das ist halt ne eine andere Philosophie ne haben wir ja auch also ich meine wir haben ja alleine ähm was weiß ich hatte letztes Mal geguckt aber wenn ich nur Angestellte und wir haben uns ja für ein gemeinsames Studio entschieden und eine Arbeitsfläche und so weiter und so fort äh da geht ja auch jährlich sehr sehr viel Geld weg klar was hypothetisch äh man von zu Hause machen könntest man von zu Hause machen kann beziehungsweise ich kann es ja sogar nachweislich unsere erfolgreichsten Formate machen wir von zu Hause aus außer die Gameshows da muss man mal nachdenken was man da so ne aber das ist ja viel also mir macht das ja so viel mehr Spaß ich finde alleine den Gedanken dass durch die Arbeit die ich verrichte ähm inzwischen also nicht ich alleine aber ich mitverrichte inzwischen neun andere Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen das finde ich so einen krassen Grundgedanken dahinter dass ich das gar nicht anders machen wollen würde ja also ja so würde ich es halt auch sehen und ähm es gibt halt wir haben unsere Passion äh früher halt viel in der Schule halt gezockt ähm auf Larns gewesen untereinander ne wir haben quasi unsere Passion zum Beruf gemacht und jetzt ist es klar ich hab nicht früher die ganze Zeit Spielshows gespielt schon klar wenn wir das jetzt ja wenn wir jetzt unsere YouTube ein Teil machen oder wenn wir früher reactet oder was auch immer aber ähm das ist halt schon äh nochmal es ist halt einfach cool dass du quasi dein Hobby zum Beruf gemacht hast ja und ich muss jetzt nicht ich bin nicht YouTuber oder Influencer oder was auch immer geworden um äh äh reich zu werden oder sowas sondern um einfach äh Spaß am Leben zu haben bei meiner Arbeit ich kenne Leute die halt mit so einer Fresse äh zur Arbeit gehen weil sie halt keinen Bock drauf haben aber halt halt okay verdienen meinetwegen oder vielleicht noch am besten noch gar nicht so viel verdienen und dann halt einfach damit ihr ganzes Leben wuppen müssen weil es anders nicht geht da sind wir halt wirklich in einer sehr komfortablen Situation dass man das halt so hat wie es halt jetzt ist und ähm ja da deswegen will ich halt auch dass das oder ist das halt auch wie gesagt der Wunsch dass es halt auch einfach so weiter bleibt weil ich bin jetzt nicht Influencer geworden um am Ende Influencer Marketer Marketing zu machen ich verstehe dich sehr gut Influencer Marketer wie das heißt also das ist jetzt nicht mein Ziel gewesen so es ist auch nicht weiter mein Ziel aber es wäre halt dann ein Ausweg um halt quasi noch was zu machen weil ich glaube ich sehe mich da nicht jetzt noch nach acht Jahren Abstinenz plus weiß ich nicht wie viele Jahre noch Pizza mitläuft noch später Tiermedizin Tierarzt irgendwas zu machen weil ne da ist glaube ich der Zug abgefahren also vielleicht kann ich mich noch aufs Amt setzen oder sowas und ein paar Stempel machen oder sowas oder Unterschriften oder Dokumente machen aber ja also Knowledge ist da jetzt halt nicht mehr das Krasseste aber das heißt du würdest an sich sagen du bist eigentlich wie es jetzt ist zufrieden klar es geht halt immer besser es geht aber auch deutlich schlechter also man muss ja immer der Anspruch muss ja sein es muss besser sein als vorher so das ist halt so ein Anspruch denke ich sollte man haben weil sonst wird es halt irgendwann dann so wird es dann halt schlechter denke ich wenn es halt einfach deswegen haben wir ja wir ändern ja auch uns wie gesagt wir hatten ja diese Start-Stop-Sache mit den Aufnahmen und so weiter wir evolutionieren wir evolfen wir evolfen finde ich schön wir entwickeln uns Jay zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an dich und zwar die erste Frage ist was hättest du gerne vorher gewusst bevor du diesen Werdegang eingeschlagen hast und was würdest du Leuten mit auf den Weg geben die heute das machen wollen was du machst okay was hätte ich gerne vorher gewusst was hätte ich gerne vorher gewusst was hätte ich gerne vorher gewusst ja das ist halt die Frage klar die Frage war ja vorhin bereue ich ob bereue ich dass ich quasi letztendlich Tiermedizin gemacht habe erst und das nicht wenn ich das jetzt schon gewusst hätte oder wenn ich jetzt schon weiß wie lange es letztendlich noch geht hätte ich vielleicht dann auch gesagt okay dann breche ich halt das Studium ab so aber wie gesagt ich bereue es auf gar keinen Fall weil das war halt einfach der smartere Weg für mich persönlich so der sicherere smartere Weg zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung mit dem Wissen zu dem Zeitpunkt das würde ich jetzt auch noch als richtige Entscheidung sehen aber wenn ich halt weiß dass ich jetzt bis 20 50 damit mein Leben unterhalt verdienen kann wenn wir irgendwann dann Senioren zocken sind oder was auch immer weißt du dann hätte ich halt sagen können okay warum habe ich mich dann warum habe ich mir dann den Stress gemacht über 5 Jahre lang mir diese Scheiße rein zu studieren weil es ist halt viel Arbeit und viel Stress und viel Tränen waren es halt auch so es ist halt so und was will ich jemandem auf den Weg mitgeben das ist halt die Frage so früher gab es deutlich weniger Konkurrenz als jetzt definitiv also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt es ist deutlich schwerer denke ich jetzt quasi bekannt und groß zu werden das muss glaube ich wirklich also es war auch bei uns glaube ich sehr viel Glück anders kann ich halt nicht ansehen so wir haben halt Glück gehabt zu dem Zeitpunkt und macht das Ganze das habe ich auch meinem Neffen gesagt er hat jetzt auch gesagt ich habe jetzt auf Twitch angefangen zu streamen ja mach das okay cool mach das wenn du Bock drauf hast aber erwarte davon nicht dass du quasi davon jetzt plötzlich deinen Lebensunterhalt verdienen kannst oder plötzlich einfach reich wirst oder was auch immer so dass du jetzt nicht einfach Trimax wirst oder wie auch immer das ist halt das ist halt utopisch davon kannst du nicht ausgehen und mach das einfach just for fun ich kenne auch noch ganz viele Leute die wirklich dann auch mit vor 10 Leuten streamen weil sie halt einfach da als Hobby Bock drauf haben so und vielleicht ist dann halt irgendwann der Punkt wo du sagst okay hey irgendwer raided dich du musst halt vielleicht Glück haben bei Twitch dann werden Leute auf dich aufmerksam du musst halt Follows sammeln irgendwie dass halt die Leute dann sehen dass du online gehst und dass quasi dadurch dann deine Audience halt immer größer wird und aus Reichweite wird dann irgendwann dann halt der Lebensunterhalt kommen also das ist ja unweigerlich miteinander verbunden aber du kannst halt nicht erst Geld verdienen ohne eine Reichweite zu haben und du kannst sie dir halt nicht erbotten das ist halt nicht möglich das ist richtig das ist gut aber jetzt auch fiel mir gerade so auf das heißt du würdest aber jemandem empfehlen starte mit Livestream anstatt starte mit YouTube das ist eine verdammt gute Frage da ich YouTube super wenig konsumiere gerade Gaming YouTube gar nicht also ganz ich gucke halt wenn ich halt irgendwo lurke meistens lurke ich dann in der Regel dann gucke ich Twitch das ist halt eher das was ich persönlich konsumiere aber auf YouTube ja dann ist es halt ja wenn du wirklich Gaming machen willst dann kann ich dir da sagen vernünftiges Audio Mikro würde ich halt sagen das ist halt schon relativ wichtig wenn sich das halt komplett beschissen anhört dann nee dann wirst du alleine dann werden die Leute schon abschalten weil du halt ja heutzutage durch die Konkurrenz halt schon eine gewisse Art von Qualität haben hast die halt die Leute auch dann haben wollen und YouTube entwickelt sich ja auch immer professioneller wie gesagt das ist halt die Live Events die wir gemacht haben die werden ja auch zwar auf Twitch gestreamt werden aber bei uns auf YouTube hochgeladen also landen sie letztendlich auch auf YouTube und ja so ich glaube ich würde aber auf Twitch mittlerweile tatsächlich eher anfangen weil da habe ich das Gefühl dass da die Audience noch nicht so groß ist und du da eine bessere Übersicht hast Leute zu finden selbst also ich ich finde es auch immer mal wieder witzig wenn du dann mal so Freitag oder Samstag abends mal durch Twitch gehst und dann mal wirklich in Just Chatting oder sowas runterscrollst und dann bei so zehn Leuten bist was da teilweise für Kuriositäten da rum sind also rumlaufen rumstream ist schon manchmal lustig ja und ja irgendwie muss man ja man muss sich halt irgendwie aufmerksam machen aber postet nicht irgendwelche Links von euch in den Chat weil das wird in der Regel weggebannt sehr wichtiger Tipp Jay ich danke dir herzlich für deine Zeit Dankeschön danke für das schöne Gespräch mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht ich hoffe ihr da draußen hattet auch Spaß konntet was mitnehmen und habt vielleicht noch ein bisschen mehr über Jonathan und die Pizza erfahren als ihr vorher wusstet und ja wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dir natürlich auch Jay Dankeschön Feedback wie immer gerne wünscht ja sehr gerne auch nochmal auf Twitter oder Insta oder sowas schreiben wenn Fragen da sind whatever ja und dann bis zur nächsten Folge bis dann tschüss